Der NPO-Preis Hey Josef, NPO-Preis, was ist das? Ja, hallo Raphael. Der NPO-Preis ist ein Preis, den wir quasi für sehr gute Projekte der internationalen Zusammenarbeit vergeben, mit unserem Partner, dem Förderverein Fachinformation Sozialwesen, und uns als Kanzlei Kampel-Hörmann als Sponsor. Und das Ganze, die Preisverleihung findet statt am 14.10. beim NPO-Tag. Da kommen Sie natürlich bitte alle. Und Sie, die spannende Non-Profit-Projekte haben, die bewerben sich jetzt. Wo bewerbe ich mich denn? Ja, dann gehe ich auf die Seite des NPO-Tags. Dort direkt finde ich einen sehr großen Button, den kann man im Endeffekt nicht verfehlen. Wenn Sie wollen, geben Sie auch direkt bei Google ein, Sie finden den NPO-Preis. Und dort können Sie über eine Bewerbungsantragsmaßgabe, können Sie Ihre Daten eingeben und sich bewerben. Bitte nicht zu lange Zeit lassen, am 16. September in die Bewerbungsfrist, bis dahin kann man Beträge stellen. Was gibt es zu gewinnen? Ja, das ist natürlich ein richtiger Punkt. Was kriege ich denn überhaupt, wenn ich teilnehme? Am Ende des Tages möchten wir gemeinnützige, gemeldetätige, gute Projekte fördern. Dieses Mal haben wir uns ausgekoren, die internationale Zusammenarbeit. Also alle Tätigkeiten rund um die Zusammenarbeit im Ausland, Entwicklungshilfe, aber auch Bildung im Ausland. Überall, wo man mit Partnern im internationalen Bereich zusammenarbeitet. Und was wir bekommen, ist ein Preisgeld für den ersten Preis von 3.500 Euro und 1.500 Euro für den zweiten Preis. Und dann habe ich gehört, wir können noch beim NPO-Club dabei sein. Wie geht das? Genau, das ist quasi noch ein Zusatzbeitrag von uns als Sponsor, dass Sie die Möglichkeit bekommen, bei unserem Produkt des NPO-Preises noch dazu im NPO-Club dabei zu sein. Für ein Jahr kostenlos. Dabei bekommen Sie weitere Teilnahme beim NPO-Tag im nächsten Jahr. Und sehr viele Muster und Vorlagen für uns bereitgestellt, die Sie sich ein Jahr lang kostenlos herunterladen und anschauen können. Genau, und die Teilnehmer, die sich jetzt bewerben und leider nicht prämiert werden, haben auch die Chance, ein kostenloses Ticket für den NPO-Club zu gewinnen. Das heißt, wir verlosen auch noch unter den Bewerbern entsprechende Tickets, kostenlose Tickets zum NPO-Club. Deswegen gleich mitmachen.